Oder schon? Warst du in der Volksschule? Ja, dann bildet eine Zweierreihe. Was ist los mit euch? Komm schon. Ja, cool. Dann mach eine Zweierreihe, eine Zweierreihe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zweierreihe. Rudi, schau mal auf, hast du eh was zum Sauschen mit? Hey, unser Rudi ist so wie jedes Mal, ist ein bisschen spritzfreudig. Also Leute, eine Zweierreihe, die ganze Länge hinten bis aufs Zelt. Komm schon, eine Zweierreihe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ihr kennt das vielleicht schon, das Evangelium Feuerwehr Bumbi. Motorboat, motorboat. Also kommt schon Zweierreihe. Wir warfen euch in der Volksschule.